Let's play Donkey Kong bei Keinplan Gaming, Folge Nummer 2. Jetzt aber richtig. Jetzt gibt Anna Gas. Jetzt wird das Ding hier nach Hause gefahren. Jawohl. Ich möchte hier den neuen Highscore. Ich möchte angeben, dass in unserem YouTube-Kanal voll der fette Highscore in Donkey Kong fürs Nintendo ist. Ich hab gesprungen. Ich hab die Sprung-Tast. Ich hab das gedrückt. Ich glaub, das glaubt dir keiner. Finde ich. Was? Das ist, ey, eigentlich ist das ein jugendfreies Spiel. Wir sollten uns auch jugendfrei verhalten in so einem Let's Play, ne? Jetzt bist du gesprungen, Anna. So sieht das aus, wenn man springt. Pass auf, das kommt da garantiert runter. Siehst du, was hab ich gesagt? Leck mich am Arsch. Nein, das hab ich nicht gesagt. Markus, drei Continues hab ich, ne? Ja, jetzt hast du null. Jetzt hab ich null Continues. Oh. Da bringst du... Ich kenn dir das, diese Leute, die sich immer... die immer sofort sterben, wenn sie glauben, oh, ich hab jetzt ein HP verloren. Oh, das hat keinen Sinn mehr. Oder es ergibt keinen Sinn mehr. Ganz schrecklich. Man muss immer alles geben. Bis zum Letzten. Was meinst du, als ich mal Dark Souls gespielt hab, ne? Was meinst du, mit was für schlechten Karten ich in manche Kämpfe gegangen bin, ne? Und ich hab das Ding trotzdem gerockt. Dark Rock. In vier von zehn Fällen. Aber das waren dann immer die vier von zehn Fälle. Ob ich das schaffe? Ich weiß nicht, wenn du jetzt rüberspringen kannst. Oh, das hier... Jetzt hat der Computer... Er läuft nicht! Oh Gott! Ey, mach das nie wieder. Mach das nie wieder. Ich krieg hier noch einen Herzkasper. Die Flamme ist im Weg. Ja, jetzt kannst du rüber. Und jetzt musst du aber auch zackig rüber. So. Was hatten wir uns gemerkt? Außen darf man stehen, richtig? Genau. Genau. Man traut sich aber trotzdem irgendwie. Hier darfst du stehen und jetzt musst du es aber wirklich flutschen. Du musst sofort da sein, ne? Ja. Keine Sekunde warten. So. Du bist mit zwei Continues im wahrscheinlich letzten Level, ja? Das muss jetzt hier eine eindeutige Sache werden, Anna. Mhm. Denk dran, dass du nirgendwo runterfallen darfst. Mhm. Okay, jetzt wird es natürlich schwierig an der Stelle. Na, was machst du? Das ist eine Flamme. Ja, was soll ich machen? Ja, erst mal musst du die irgendwie... Fuck, das werden die irgendwann mehr. Kannst du... Das ist ein Hammer. Kannst du die für irgendwas benutzen? Ja, damit kann ich die kaputt machen. Allerdings nicht über Lücken rüber. Weißt du? Okay, wie kommst du denn da jetzt runter? Mach erst mal den da oben noch weg, dass du nur den unten drücken musst. Gute Idee. Okay. Jetzt wird es natürlich richtig fies. Am besten versuchst du es. Die kommt immer her, ne? Ich falte... Ja, ihr geht da runter, ihr geht da runter. Und dann springen wir nach rechts. Und dann hier... Runter. Genau, und jetzt... Jetzt rüber. Haben wir es geschafft? Ja! Geil! Yeah! Nein, jetzt haut er auf den Boden und die fällt runter. Wie? Ja, im Gameboy ist das so. Und dann fällt sie runter. Nee, geil! Ich hab durchgespielt! Markus, ich hab's durchgespielt! Und jetzt fangen wir nochmal von vorne an, weil... Weil das coole ist, es macht Spaß zu spielen, deswegen... Wie? Wie? Um mehr Punkte zu kriegen und so. Markus? Wie? Warum gibt's denn nicht mehr jetzt so eine Texttafu steht... Gut gemacht! You saved the princess! Ich dachte, das ist eine Reporterin. Echt? Markus, was? Sorry, ich hab jetzt an ConkyCon gedacht. Also, ich hab mir das Ende jetzt ein bisschen epischer vorgestellt. Nee, ich darf es nochmal spielen! Du bist jetzt sozusagen im Limbo. Weil... Oder hattest du zu wenig Punkte, um das gute Ende zu kriegen. Was? Ich dachte auch, es waren vier Level, aber irgendwie waren es jetzt doch nur drei. Hm. Ich sammle die Tasche da nochmal. Boah, war das knapp. Na ja. Schnell! Schnell! Da oben warst du safe. Oh, das war so fies! Aber diesmal... Aber wie geil ich das gemacht habe. Diesmal hast du anders geflogen, oder? Ja, ne? Wie geil ich das gemacht habe, ey. Hammer, ey. Ich bin schon echt gut, ne? Anna, das lief echt beschissen, das Let's Play. Der letzte Durchgang war gut, ja? Aber Hammer war das hier nicht. Das war ganz schön weit weg von Hammer. Was? Hammergeil, Mann. Hammergeil. Hammer war, wie ich Kung Fu in meinem ersten Durchgang am weitesten geschafft habe. Das war Hammer. Oh nein, ich habe wieder vergessen. Das ist ja wie ein Kartoffelnack. Du wirst sogar ein Continue dazu bekommen, habe ich eben gesehen. Ja, geil, ne? Ja, ist das für Rek... Alle eingesammelt habe, Mann. Weil ich die Sachen hier einsammle, Mann. So, jetzt bin ich gespannt, ob es diesmal hinhaut. Das schaffe ich nicht. Oh, das habe ich geschafft, ey. Das war wieder mega, 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 mega knapp. Da hätte ich echt nicht gedacht, dass ich das schaffe. So, also, dann spiel es halt nochmal durch, wenn du so scharf drauf bist. Ich versuch's. Ich gehe vielleicht erst mal nach unten. Das kann ich nicht mit dem Hammer. Ich kann ihn ja nicht hochwerfen in diesem Spiel. Okay. Dann würde ich über die Mitte gehen. Mhm. Dann würde ich schnell links rüber laufen. Mhm. Okay. Rüber, runter. Und dann schnell da lang. Genau. Und dann wieder nach oben. Und dann hoffen, dass du vor der Flamme da bist. Nice job, Mann. Geil, ich habe zweimal durchgespielt, Mann. Hammer, ey, Hammer. Okay, passiert jetzt vielleicht mal was anderes? Nein. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Wie viele Punkte haben wir? 35.400. Jetzt drückt bitte die Starttaste. Ich ertrag das nicht mehr. Also, wir haben Donkey Kong durchgespielt. Juhu. War gar nicht... Ich, ich habe das durchgespielt. Anna, ja. Das ist lustig, ne? Wenn ich spiele, dann ist es immer das Wir. Dann ist das der Kanal, der das geschafft hat. Das Team kein Plan Gaming, ja? Aber wenn Anna was durchspielt, dann hat Anna es durchgespielt. Ich habe es durchgespielt, Mann. Ja, toll. Ich habe es durchgespielt. Hm. Wie würdest du deine Erfahrungen beschreiben? Oh. War gar nicht so schwer, ne? Ne, ich mag das ja lieber in grün. Auf dem Gamebook. Dieses hässliche Kotzgrün, ne? Ja. Das ist einfach... Finde ich angenehmer als Pink. Ja, vielleicht spielen wir das hier auch nochmal. Das ging deutlich länger, glaube ich, oder? Wie viel Level hatte das? Das hatte ja sogar Welten. War das nicht so eingeteilt in Welten sogar? Das sind Welten. Ne, das sind, glaube ich, so 49 oder so. Das war nicht Welten, das war doch irgendwie pro so und zu viel Meter beim Empire State Building oder so. Ne, Welten. Also das, was ich gespielt habe, war im Welten. Ich weiß nicht, ob das Donkey Kong Country oder sowas war. Ne, ich weiß nicht, ob das Donkey Kong hieß oder Mario, keine Ahnung. Es hat aber schon was mit dem großen Gorilla zu tun und dass man ein Gerüst hochklettert, oder? Es war das hier. Ja, dann wird es ja Donkey Kong gewesen sein, ne? Okay. Ich glaube aber nicht, dass es so eine Eiswelt und eine Feuerwelt und so dann gibt. Ich musste schwimmen auch. Schwimmen sogar. Schwimmen mit Mario. Du weißt, wie das geht, ne? Ah, 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 ah. Der klassische Gameboy-Daumen, der dabei entsteht. Ja. Ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben das hier mit 35.400 Punkten sowas von gerockt. Aber hallo, ne? Richtig cool. Das ging so richtig ab. Ich hätte ja auch hier immer wieder über die Fässer rüberhüpfen können, dann hätte ich ja immer wieder Punkte bekommen. Ja, absolut, das kann man machen. Easy peasy. So. Danke fürs Zuschauen. Mal gucken, was als nächstes bei uns kommt. Ich weiß es jetzt zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht. Mal gucken. Nee, ich auch nicht. Also auf jeden Fall nicht Kung Fu. Damit bin ich durch. Nee, das spielen wir nicht nochmal. Bis dann. Ciao. Ciao.